Sie als Kindheit, ihn der Kindheit sich schon interessiert hat, jetzt spricht sie von einem weißen Auto im Metrolin sitzen, habe ich richtig schon gemacht, okay, gut passt. Ich freue mich auf dem Dorf der Kirmes, es ist Christenfest überhaupt, außer Leute auf den Russen. Und ich habe mich jedes Jahr gefreut auf das Kerne-Karanzell. Ich hatte immer noch Geld um Hause vor, und da ist schon vier der Kirmes das Haus, das ist gepotzt worden, gewindet, die Ferse musste glänzen. Ich bin nicht gestanden, warum? Und die Mama, die hat genau geklappt. Ich dachte, ich muss das alle, oder? Aber ich stirbt und die Kirmes immer mal Sonntagszeug, oder? Ich hatte auch Wettersteug und Sonntagszeug. Ich schaue wohl, wie sie gedreckt haben, und das war auch gar nicht schlimm. Es war mir so weit. Das Haus hat geglänzt. Die Mama hat gesagt, ihr kostet eine deutsche Pfennig. Mie ruhe ich ja nicht. Und ich sagte, ich brauche nicht mehr. Der O-Fort hat mit dem Köln-Karanzell. Der kostet 10 Pfennig. Es war egal, dass ich auch nicht gekriegt habe. Ich soll doch nie gerannt. Ich hoffe, ichte das mit dem Köln-Karanzell. Also gehört das mit dem Köln-Karanzell. Vielen Dank.